Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Ihren heutigen Gastgeber, Charles Pahn. Dankeschön! Willkommen, willkommen zu den zweiten Hungerspielen von Dragonia. Seid ihr bereit? Dann lasst die Spiele beginnen! Zwei Jahre ist es nun her, dass Dragonia für mich aufgehört hat zu existieren und unterworfen wurde. Hat man es kommen sehen, dass Dragonia untergeht? Ja, vielleicht. Hätte man ahnen können, welch abscheuliche Ausmaße das Ganze annehmen würde? Nein, nicht einmal meinen schlimmsten Albträumen. Drei Jahre ist es, dass Dragonia für mich aufgehört hat. Sie werden aus ihren Familien gerissen und zur Schau gestellt in einer absurd kranken Show für die Reichen und Herrscher des Landes. Sie werden wie Ratten in einer Art Testgelände voller Gefahren und Feinde gesetzt, mit dem Gewissen, dass jeder Atemzug ihr letzter sein könnte. Sie müssen sich teils ohne Erfahrung ausrüsten und in der Wildnis überleben. Diktator Marlow veranlasst nach diesem Prinzip dieses Jahr bereits die zweite Show. Nur diesmal mit ein paar Änderungen, da letztes Jahr alle bis auf eine Person innerhalb der ersten Stunde starben. Im Nachhinein wäre es wahrscheinlich sogar die größte Erlösung für sie gewesen. Denn nach seinen Regeln überleben es am Ende mit viel Glück vielleicht zwei von ihnen. Doch an alle Tribute da draußen, ich habe mir geschworen, dass dies nicht so bleiben wird. Die Zeit der Befreiung wird kommen. Bis dahin möge der Geist des alten Dragonias euch begleiten. Hallo, ich bin der Stormy LP und was war das bitte gerade für ein geiler Trailer? Ey, und nochmal, ich freue mich so mega auf dieses ganze Projekt. Und naja, mein Teammate ist Markustery und ja, das wird unser erstes Projekt, wo wir zusammen als Team agieren. Und ich hoffe, ich hoffe einfach, dass es super gut läuft. Was ich mir von dem Projekt auch hoffe, ist natürlich, ich will die erste Folge überleben. Ja, ansonsten so weit wie möglich kommen, ne? Und so lange wie möglich überleben. Ich freue mich auf jeden Fall übelst auf das Projekt und ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, ihr unterstützt unser Team. Unten in der Videobeschreibung ist ein Link für einen Gemeinschaftskanal für diesen Projekt, wo ihr Zuschauer unser Team unterstützen könnt. Und das würde ich auch, ich würde euch darum bitten, denn ab einer bestimmten Like- oder Aufrufzahl, das weiß ich zu dem aktuellen Zeitpunkt noch nicht genau, kriegen wir Unterstützungspakete. Die Videos werden online kommen, sobald die erste Folge dieses Projektes online kommt, also am 5.5. Da werden dann alle Team-Videos online kommen. Und dort könnt ihr dann für uns voten. Ich hoffe, ihr macht das, damit ihr uns ein bisschen unterstützt, damit wir ein bisschen schneller vorankommen und vielleicht einen kleinen Vorteil gegenüber den anderen haben. Ja, ich hoffe echt auf eure Unterstützung. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns auf dem Schlachtfeld wieder. Leute, zieht euch warm an. Mark Osteri, die maskierte Verplantheit, greift zurück. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in dem Projekt wieder. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, ihr unterstützt uns. Und dann würde ich sagen, ja, Teilnehmerliste ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung, wer alles dabei ist. Dann sehen wir uns am 5.5. in diesem Projekt oder in anderen Videos wieder. Bis dahin und tschüss, euer Stormy. Bis dahin und tschüss, wir sehen uns am 5.5. in der Videobeschreibung. Bis dahin und tschüss, wir sehen uns am 5.5. in der Videobeschreibung. Bis dahin und tschüss, wir sehen uns am 5.5. in der Videobeschreibung. Bis dahin und tschüss, wir sehen uns am 5.5. in der Videobeschreibung. Bis dahin und tschüss, wir sehen uns am 5.5. in der Videobeschreibung. Bis dahin und tschüss, wir sehen uns am 5.5. in der Videobeschreibung. Bis dahin und tschüss, wir sehen uns am 5.5. in der Videobeschreibung. Bis dahin und tschüss, wir sehen uns am 5.5. in der Videobeschreibung. Untertitelung des ZDF, 2020